Das Ergebnis dieser Wahlen wird entscheidend sein, wie sich Europa weiterentwickelt. Im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich und gerade wird es entscheidend sein für diejenigen, die jetzt noch nicht wählen können. Denn die werden die Folgen unserer Entscheidungen zu vertragen haben. Und gerade deshalb bin ich der Meinung, es ist unglaublich wichtig, dass wir am 26. Mai wählen. Und wenn wir wollen, dass eine Entwicklung stattfindet, die im ökologischen und sozialen Sinne für unsere Jugend ist, dann müssen wir Grün wählen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.